So, hallo, ich hoffe ich bin zu verstehen. Ich wurde von meinen Fans genötigt, mal wieder ein neues Video für meinen aufstrebenden YouTube-Kanal aufzunehmen. Deswegen werde ich euch jetzt einen super geheimen Trick zeigen, wie man hier in Anor Londo zu einem super geheimen Covenant kommt. Ignoriert einfach, dass ich unsichtbar bin, das hat garantiert irgendwas mit der Aufnahme zu tun, aber mein Charakter ist hier zu sehen, weil ich Tiers of Deny bin. Der Trick ist einfach, hier ist eine unsichtbare Plattform, die kann man nicht sehen, unsichtbar. Man kann dann hier einfach rüber gehen und da runterspringen. Normalerweise springt man hier runter zum Onfire, aber ich komm nicht runter. Anscheinend kann ich jetzt fliegen. Hey! Cool! Dann... Hier scheint irgendwie ein unsichtbarer Wald zu sein, aber hier kann ich... Kann ich hier machen? Nein. Wenn ich hier irgendwie raus... Hey! Ich fliege! Schauen wir mal was bei der Kathedrale los ist, ne? Das ist... Cool! Yeah! Alles was der Vogeltest kapiert wird. Nicht schlecht! Ah ja, jetzt bin ich über Pontifex, Sullivan oder wie sein merkwürdiger Name ist, auf der Kathedrale. Da unten ist die Arena. Da unten ist die Arena. Und bei dem ist links. Das ist Radstreng, Peak. Aber ich kann fliegen.